herzlich willkommen liebe leute zu einem neuen video von mir ja diesmal stelle ich euch heroes of might and magic vor beziehungsweise werdet ihr heute so eine art kleines fazit von mir zu diesem spiel hören beziehungsweise meine meinung zu diesem spiel mitgeteilt bekommen wie oft ich das gespielt habe was wir da gespielt haben dazu dann später im fazit mehr ich möchte jetzt versuchen euch das spiel kurz zu erklären und darauf möchte ich hinweisen dass es jetzt keine volle spielerklärung ist ja also ich möchte mir selber jetzt so mal zehn minuten das ziel setzen euch nur zu erklären worum geht es da in dem spiel damit ihr auch wisst wovon wir da jetzt hier auch reden ja mit dem magic ist ja eine videospiel umsetzung ja also wer es kennt ich bin auch damals damit aufgewachsen ich habe aber mit magic 3 gespielt und magic 5 gespielt das heißt ja ich weiß auch ein bisschen von der thematik beziehungsweise wenn ich da vom thema red weiß ich wovon ich da spreche im endeffekt und kann ich da auch natürlich jetzt ein paar vergleiche und schlüsse ziehen im vergleich zum bretspiel natürlich ist es sehr schön dass das damals auch rausgekommen ist und dass sie finanziert wurde ich persönlich habe da aus diversen gründen nicht teilgenommen und darüber reden wir dann sparten fazit später darüber jetzt hätte ich schon spaß gesagt spaß sind ja wie auch immer also ich gebe mir jetzt mühe euch da in relativ kurzer zeit euch zu erklären was man macht und dann meine meinung über dieses spiel kundzutun ja wenn euch das video gefällt lasst mir gern abo da daumen nach oben ja ich hoffe ich kann wieder öfter zum video machen natürlich unterstützt mich auf patreon ganz gerne und ja das bringt alles natürlich den kanal weiter und jetzt geht es los zur spielerklärung ich räume jetzt mal die große box beziehungsweise den großen deckel hier weg weil das ist ja die epische box eins noch vorweg ich habe hier die kickstarter all in version von meinem freund und das ist ein also nicht mein eigenes spiel werde ich auch später noch mal erwähnen also alles was ihr hier seht ist kickstarter ja und ich würde sagen wir legen jetzt mal los und seht euch mal kurz an was man hier macht so wir haben hier das spiel aufgebaut schon für eine koop mission die ich gerade fertig gespielt habe ich habe die spielpläne umgedreht man hat hier so ein missionsheft und da gibt es diverse szenarien dass sie wäre zum beispiel die unheilige suche ihr könnt das ganze solo spielen ihr könnt so kooperative missionen spielen und natürlich könnte das ganze auch gegeneinander spielen wenn man das möchte ja wenn man gegeneinander spielt dann versucht man meistens auch die gegnerische basis ja einzunehmen es sieht hier haben wir zwei helden mit den jeweiligen fraktionshauptstädten dazu und oftmals ist es auch das ziel die gegnerische die gegnerische festung einzunehmen oder in gewissen runden anzahlen diverse sachen zu erobern ja wenn wir das ganze kooperativ spielen dann wollen wir hier in diesen drachen zentrum hier eindringen und dann wird eine ja zufällige ein zufällige einheiten stapel zusammen gemischt da zeige ich euch kurz an der rückseite es gibt vier schwierigkeitsgrade leicht normal schwer unmöglich wir haben hier unterschiedliche einheiten stufen bronze silber gold und asur und je nach stufe zieht man dann wenn man jetzt hier rein kommt laut mission unterschiedliche einheiten karten aber hat zum beispiel hier von dieser mission kommen wir hier in den drachenturm ja dann steht hier müssten wir vier bronze einheiten fünf silber drei gold und zwei asur einheiten ziehen eine stapel bilden und haben wir diesen stapel vernichtet im laufe des spiels dann haben wir das spiel gewonnen wir haben dazu zehn runden zeit wie gesagt je nach schwierigkeitsgrad den man einstellen kann mir ich gehe jetzt mal für den normal modus aus dass wir das ziel hier in dieser kooperativen mission ja jeder spieler bekommt hier einen einen held eine fraktionsbogen dieser fraktionsbogen wie gesagt ich gehe nicht zu sehr in die details könnt ihr mit gebäuden ausbauen die haben wir hier diese gebäude haben unterschiedliche fähigkeiten und die verschiedenen fraktionen die unterscheiden sich auch in den fähigkeiten der gebäuden teilweise recht deutlich ja dann natürlich einen held zur der fraktion der wilde auf der haben wir unterschiedlich viele stufen die wir machen können ja ihr könnt den auf leveln bis zu level 7 er hat karten die er in sein deck bekommt ja wir haben hier einen kleinen deck building mechanismus der bekommt angriffskarten zauberei karten und wissenskarten in sein deck ihr seht ja schon entdeckt dass im laufe des spiels ein bisschen erweitert wurde darum gibt es auch andere karten drin ja also wir haben hier zauberkraft karten wissenskarte es gibt auch angriff karten und da gibt es auch fähigkeiten und dies alles bekommt er hier rein und nicht hier ins detail zu gehen wir haben zehn runden zeit einen runden tracker wir haben unterschiedliche runden das heißt einmal haben wir eine ressourcenrunde da bekommen wir einkommen von unseren minen die wir erobert haben dann kommt eine astrologierunde da zieht man dann von einem astrologiestapel eine karte meistens gibt es hier dann einen positiven oder negativen runden effekt der bis zur nächsten astrologie phase meistens hält und das ganze noch ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten hat man eben auch hier so ein stapel mit ereignissen generiert ja auch jeder spieler bekommt so ein verdecktes zwei verdeckte spielplan teile das heißt wenn man den spielrand erkundet kann man den spielplan hier nach persönlichen gusto gestalten und erweitern ja um zu diesem drachenturm zu kommen müssen wir zwei obelisken finden damit ihr wisst um was es geht er zwei obelisken heißt jeder spieler muss hier einen beziehungsweise alle beide obelisken besucht haben dann hat er das zugriffsrecht hier für diesen drachenturm nur damit ihr wisst um was es in der mission geht ja da haben wir natürlich noch die einheiten die schon vorgestellt hat und das müssen wir innerhalb der zehn runden schaffen ja das habt ihr schon kennengelernt wir haben hier unterschiedliche stapel wir haben artefakte artefaktkarten wir haben fähigkeiten karten und wir haben zauberkarten hier haben wir einen stapel für den botkampf ja der bot würfelt keine würfel der kämpft mit karten die das vorgeben ja und dann kann das spiel eigentlich losgehen und es ist im endeffekt ganz einfacher wir haben so eine so eine spielhilfe und der spielhilfe diese sektion a bis c wird nur für handkarten verwendet er ganz klassisch man kann anfangen des zuges karten abwerfen karten ziehen handkarten limit nicht überschreiten wie wapo wenn man jetzt aber dran ist bekommt man drei bewegungspunkte dargestellt an die pfeile hier ja man kann jetzt wirklich ganz einfach einen bewegungspunkt ausgeben und sich um ein feld bewegen und ihr seht hier unterschiedliche locations und diese locations kann man meistens nur einmal besuchen manchmal auf öfter besuchen und die gewähren uns diverse boni das sehen wir natürlich viele gebäude wenn ihr das zum ersten mal spielt dann müsst ihr sehr viel in der anleitung natürlich blättern und seht euch dann an was die unterschiedlichen locations denn dann alles machen oftmals ist auch symbolisch dargestellt gehen wir zum beispiel nehmen wir als beispiel mal dieses feld hier da haben wir eine stufe 1 begegnung ja sieht man schlecht hier ist eine 1 und wenn ich hier dann einen kampf starte gegen level 1 gegner dann besiege den kampf darf ich den schatzwürfel werfen aber wirft man dann die schatzwürfel hier und der sagt dann was ich bekomme in dem fall dürfte ich zwei ressourcenwürfel werfen und dann kann ich hier natürlich auch ressourcen bekommen steine kristalle und so weiter ja das seht ihr dann hier es gibt steine es gibt kristalle es gibt also noch diverse marken die ihr hier nicht sehen könnt ja wenn wir den kampf geschafft legen wir auch natürlich eine markierungsmarker drauf kann man nicht mehr besuchen würden wir gegeneinander spielen kann man sich die sachen ja kann man sich minen oder auch siedlungen die man gegenseitig erobert wegnehmen gut ja so erkundet man die welt und wie gesagt wir haben drei runden zeit und a wir haben jedes mal eigentlich nur drei schritte wenn ihr durch irgendwelche boni nicht die schritte erhöht bekommt haben wir nur drei schritte ja das wäre schon der erste schritt zweiter schritt eine mine mit steine das würde dann mein einkommen erhöhen da würde ich dann hier bei dem einkommen um eins nach oben gehen bonus bekommen da hätte ich noch einen schritt und so weiter und dann wäre es natürlich aus es gibt auch bilden felder die man nicht betreten kann ja das macht dann eben jeder spieler im kooperativ modus ein spieler beginnt macht seinen ganzen zug der andere spieler macht seinen ganzen zug die felder hier haben natürlich aber wie schon gewählt haben unterschiedliche effekte es gibt hier ja klassische felder wie zum beispiel einen händler da gehst du hin kannst deine ressourcen verkaufen hier kann man sich aussuchen zwei schatz würfel zu werfen oder hier zwei ressourcen würfel zu werfen und eine davon auszusuchen also es gibt hier schon ein bisschen was zum entdecken vor allem wenn man es noch nicht gespielt hat diese sehr interessant die welt hier zu erkunden man kann für einen bewegungspunkt ja auch zum spielplan teil aufdecken und beliebig anlegen da sollte man aufpassen wo man diese nicht zutrittsfähigen felder belegt damit man sich hier im endkampf dann den weg nicht versperrt ja ganz wichtig hatten wir letztes mal ein bisschen probleme gehabt man kann aber auch einen bewegungs und ausgeben und seine spielplan teile die man verdeckt hier liegen hat anbauen ja und das macht ihr in diesem spiel ihr versucht euch hier aufzuleveln durch die kämpfe denen ihr begegnet erfahrungspunkte zu sammeln ja die tragt ihr dann hier ein und wenn ihr stärker werdet bekommt ihr auch auch durch belohnungen diese zauberkarten ausrüstungskarten oder fähigkeiten in euer deck welche euch dann zusätzliche optionen im kampf gewähren hier ausrüstungen werden sie beziehen sich meistens auf angriff oder verteidigung können euch mal heilen fähigkeiten lassen euch sogar einheiten kaufen von den gegnern ja wenn ihr das natürlich habt dann gibt es zauber die viel schaden machen die heilen kann noch eine besonderheit beim zaubern ist auch ganz cool man hat der handkarten auf der hand das zeige ich euch dann noch kurz im kampf und kann diese zauber verstärken hat nehmen wir jetzt zum beispiel mal hier eine zauberkraft karte die gibt uns einmal zauberkraft und wenn ich jetzt diesen zauber wirke kann ich für ein zauberkraft abwerfen dann würde ich die einheit dann zertrümmern machen können und das dann sogar auf eine silber einheit ohne zauberkraft auf gold einheit mit zauberkraft auf silber oder bronze mit zwei zauberkraft karten oder symbolen dann auf gold einheiten sogar das gibt es natürlich auch mit schaden ja der blitzstrahl zum beispiel macht je nachdem wie viel zauberkraft man hinein pumpt ist er natürlich dann stärker und macht bis zu vier schaden ja das wäre es im endeffekt jetzt mal von der erkundungssache her also erkunden euch stärker machen und hoffen dass ihr innerhalb dieser zehn runden den gegnerstapel hier besiegt und der ist wirklich ja nicht ohne also es ist schon eine herausforderung das ganze in acht runden zu schaffen natürlich bekommt ihr in eurer fraktion auch einheiten karten das sind unsere einheiten die uns zur verfügung stehen die mission gibt euch eine start einheit zur verfügung ich glaube in der mission aber bekommt ihr da eine der billigsten silbereinheiten hier haben ihr acht und acht dürfte ich eine aussuchen vampire oder liche es gibt eine viel seite und es gibt eine weniger seite ja hier haben wir weniger liche und wenn ihr das upgrade bezahlt er könnte 14 gold bezahlen dürft ihr sie upgraden dann haben wir hier viele liche und die sind dann stärker würden sie schaden bekommen und dadurch sterben treten an die karte einfach um wenn die auch noch sterben würden dann sind sie aus dem spiel und man müsste sich wieder müsste sie wieder rekrutieren ja und jetzt noch kurz zum kampf her was passiert denn eigentlich im kampf auch nicht schwierig ja der bot ohne jetzt in die detaillierten pot regeln einzugehen er würfelt keine würfel hat karten der bot platziert seine einheiten wie ein anderer spieler wenn ihr nicht gegen den pot spielt dann könnte einen anderen spieler ganz normal die gegnerischen einheiten kontrollieren lassen was ganz cool gemacht ist ist je nach stufe habt ihr unterschiedliche kämpfe ja hier sieht man zum beispiel stufe eins kampf dann sieht man hier nach bei normal stufe eins zieht man eine bronze einheit wenn man aber jetzt schon eine stufe fünf begegnungen hat wie hier oder eine stufe sechs begegnungen würde man auf schwierigkeitsstufe normal bronze einmal zwei silber und eine gold einheit ziehen also je nachdem wie stark die begegnung ist und welcher schwierigkeitsgrad den ihr habt zieht ihr unterschiedlich unterschiedliche gegner kombinationen ja jetzt nehmen wir mal an wir hätten einen kampf gegen ein paar gegner jetzt gehe ich nicht auf zutail ein welche stufe dann würden wir einfach mal karten ziehen sagen wir mal wir haben hier eine bronzene eine silberne einheit vorher dürfte eure einheiten aufstellen beliebig in diesen ersten zwei reihen der bot stellt seine einheiten auch auf und zwar fernkämpfer nach hinten nahkämpfer nach vorne von links nach rechts ja dann hat jede einheit hier so eine aktivierungsnummer und das ist wie im computerspiel auch gewesen damals das heißt die höhere zahl beginnt und danach danach die ganzen unteren zahlen also ihr seid im endeffekt nicht abwechselnd an der reihe sondern es wird euch durch die initiative vorgegeben welche einheit als erster aktiviert ja in diesem fall haben wir eine 6 und 6 dann haben wir hier noch eine 7 und eine 4 das heißt der würde hier beginnen ja und ich gehe nicht ins detail was jetzt die fähigkeiten betrifft oder was das targeting betrifft ja meistens versuchen sie doch eben gleiche einheiten anzugreifen oder schwächere wenn ich dann so möglich der würde sich hier bewegen schauen wir der hat drei angriffskraft also wir haben hier werte angriffskraft schilde lebenspunkte ganz klassisch ja der bot zieht eine karte zieht eine angriffskarte auf normal bekommt da einen angriff dazu er schlägt also mit vier angriff und sehe ich mir die rüstung an von meinen vampiren eine rüstung würde ich drei schaden bekommen ja in diesem spiel ist es so jede einheit auf pro kampfrunde einen gegenschlag machen das heißt der wird jetzt zurück angreifen wenn die spieleinheit angreift muss eine modifikator würfel werfen da gibt es 0 minus 1 oder plus 1 und dann neben natürlich die attacke modifizieren schilde gegenrechnen schaden machen das ist im prinzip ganz einfach ihr könnt aber auch vor dem angriff solche angriff boost karten spielen alles mit blitz effekt er spielt er aus bekomme ich plus 1 angriff habe ich drei von den karten auf der hand könnte ich ihm theoretisch plus drei angriff geben da kann man eben zauber wirken also einmal pro runde kannst du den zauber wirken weil du bist ja der magier hast du mehr level kannst du öfter zauber wirken die sind dann natürlich sehr stark ihr könnt ihnen schilde karten geben spontane das alles natürlich vor dem würfeln und wenn ihr das gegeneinander spielt kann man eine karte ausspielen modifizieren darf der andere wieder eine karte spielen dann könnt ihr abwechselnd so lange karten spielen bis beide spiele gepasst haben das ist natürlich auch sehr interessant so viel zum kampf und im endeffekt das wichtigste ist wenn die kampfrunde aus ist und ihr habt die einheiten nicht besiegt wäre theoretisch der kampf auch vorbei ja ihr könnt aber die kämpfe verlängern wenn ihr eine bewegung die er noch überhaupt ja ausgebt und eine neue kampfrunde spielt das heißt alles bleibt so weiter und es gibt noch eine zweite kampfrunde wenn ihr jetzt gegen höherstufige begegnungen spielt dann müsst ihr natürlich gut entscheiden traue ich mir das zu wenn ich ja nur eine runde habe alle gegner in einer runde umzunieten ist schwierig ich sage mal bis stufe 3 ist es möglich aber ab dann ist es schon ganz schwierig ja das heißt bewegungspunkte aufbehalten um eventuell weitere kampfrunden zu machen das ist ganz wichtiges system in dem spiel und auch anfangs sehr gewöhnungsbedürftig natürlich weil es auch komisch ist gegen level 1 einheiten schaffte eigentlich zu 99 prozent immer in der ersten runde gegen bronze einheiten also wie gesagt bis stufe 3 ist das definitiv möglich im letzten bewegungsakt ja hier einen kampf zu machen und den auch zu gewinnen da muss man sich bewusst werden dass man das in einer runde schafft ja es gibt nicht so hohe strafen also man kann sich jederzeit zurückziehen wenn man dran ist dann geht man auf das feld zurück von dem man gekommen ist und einheiten die man verliert kann man dann wieder nachkaufen gibt halt nicht wirklich eine strafe die strafe ist einfach nur du musst wieder zurückgehen verlierst somit einen bewegungspunkt ja und eine aktivierung ja auch in der runde und das ist ganz wichtig ja weil dir die zeit davon läuft also es ist schon gut ja im pvp modus müsst ihr einen helden dann zurückstellen auf das feld das am nächsten ist das ihr erobert habt oder es euch gehört ja und das wäre es im endeffekt zum spiel ja also die gegner können sich natürlich auch bewegen meistens drei felder ja klar also die haben dann target prioritäten wenn ihr das kooperativ spielt bewegen sich bis zu drei felder fernkämpfer einheiten können sich nur einem feld bewegen ja und da auch wichtig fernkämpfer können überall auf dem board hinschießen haben auch ihre target prios die sind da wirklich nicht schwer abzuhandeln ja und das macht man hier im kooperativen modus man versucht immer natürlich ein ziel zu erfüllen meistens ist es eben so ein gegnerstapel bis sieben ja und dann würde ich sagen kommen wir zum fazit beziehungsweise zu meiner meinung zu diesem spiel ja und zum fazit würde ich sagen stellen wir auch wieder die box hier als deko natürlich auf den tisch und jetzt gehen wir da mal ein bisschen ins detail zu den ganzen sachen was habe ich denn da eigentlich alles zu erzählen ja also die infos zu dem spiel die hintergrund infos dazu sind wie habe ich denn das spiel getestet das ist mal ganz wichtig damit ihr einen sichtweise bekommt ja damit ihr diese beurteilung die ich jetzt mache auch ein bisschen einordnen könnt ich habe das spiel nicht in dem pvp modus gespielt ich glaube zwar dass die als sehr lustig ist wenn ihr das nur zu zweit spielt weil der kampf da auch sehr dynamisch ist ja weil ihr dann gegenseitig euch da ja ein bisschen die quere kommt ja da macht der nebenheld den man generieren kann auch schon ein bisschen was aus aber generell habe ich da keinen bock drauf gehabt weil heroes of might and magic für mich eigentlich nicht so den pvp charakter hat weil das war ja eigentlich ein solospiel und von daher bin ich nicht so der fan des pvp aber ich möchte schon sagen dass ich glaube dass der sehr lustig ist wenn man so zu zweit spielt so dann wie oft habe ich das spiel gespielt drei volle spiele na eigentlich waren es vier spiele ich habe ein solo zum lernen gemacht nicht ganz durch gespielt er bis zum ende weil ich muss auch mit der frau spielen da habe ich mit der frau kam also eine co-op mission gespielt voll durch zweite co-op mission ich glaube bis zur vorletzten runde gespielt weil da hat sie keinen bock mehr und ja gerade aktuell mit meinem freund wieder eine co-op mission probiert der dem das spiel natürlich gehört habe ich ihm gezeigt grüße gehen raus an den roland und haben da hat es auch eine volle partie gespielt das heißt ich glaube ich kann das spiel schon ganz gut beurteilen wenn man jetzt nur den core content her nimmt ja denn die box die collectors box sieben sehr viele erweiterungen zu diesem spiel und da gehe ich dann vielleicht später noch mal ganz kurz darauf ein was das schlachtfeld modus betrifft aber fakt ist ich glaube ich weiß schon was das spiel will und was es kann nach drei im endeffekt ja fast vier vollen partien traue ich mir schon zu sagen dass ich weiß über euch vermitteln kann was man hier kauft und was meine meinung dazu ist gehen wir erstmal die standard punkte durch die standard punkte wo habe ich die jetzt ja egal ich muss ich es auswendig machen ich habe schon lange nicht mehr gemacht was war das noch mal spielmaterial glaube ich mehr spielmaterial normal habe ich ja so ein zettel vor mir da ist das natürlich viel einfacher aber jetzt halt on the fly ich hoffe dass ich alle punkte arbeiten kann schauen mal ob das gelingt nach einer langen durchstrecke was fazit anbelangt spielmaterial glaube ich war es ja also das material generell von dieser box ist schon super ja wir haben hier leinen finish auf den karten die sind auch sehr dick also eine schöne stärke wir haben überall leinen finish auf den cardboards tolles leinen finish sieht man bei dem nicht auch sehr schön wir haben hier sogar voll effekte auf der mehrseite nachteil ist durch dieses folien also auch die magic karten oft mal betreffen kann sind die karten gekürt also im endeffekt gebogen seht ihr das stört mich jetzt nicht wirklich aber das kann natürlich karten liebhaber schon stören weil sollte er nicht unbedingt sein aber ist nun mal so ja trotzdem die qualität der karten ist super dann was ich zur box sagen will ist man bringt alles alles ist die collectors box jetzt mal ja die ist wirklich sehr schön also alles kann man ihm wunderschön verstauen ist echt toll gemacht die miniaturen vor allem die sind toll aus tolle qualität der mentoren leider nicht alles pre-shaded ja das heißt die teilweise die die terrain teils sind nicht pre-shaded die burgen sind nicht pre-shaded sehen dadurch schon ein bisschen strange aus im vergleich zu den normalen einheiten wo man hier ein bisschen schwarzen durch drüber gegeben hat das sieht schon cool aus aber schade dass er nicht alles gemacht wurde und bei der box ist es so wenn ihr die karten mit normalen sleeves lief dann bekommt ihr nicht alle karten in die box garantiert nicht also ich kann es mir nicht vorstellen wie gesagt ich habe das jetzt um gesleeved spielt das ist nicht mein spiel ja trotzdem glaube ich dass sie da nicht alle karten gesleeved rein bekommt manfred hat das spiel auch und der hat mir den tipp verraten er hat es schon rein bekommen aber er hat für alle karten in das liefs benutzt er in das liefs das sind quasi ganz dünnes liefs die man braucht wenn man vor allem magic spieler bei teuren karten doppels liefs macht erst lief und das gesleeved dann noch mal ins lief rein steckt mit diesen dünnen inners liefs geht es sich aus dass man alle karten auch in der box verstauen kann also das ist ein witziger punkt weil ich das sehr oft kritisiere zurecht dass uns gesleeved nicht rein bekommt aber hier ist es so eine abgeschwächte form der kritik weil du bekommst es ja rein musst halt wirklich nur ganz dünne sleeves verwenden ja hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr platz rausholen können aber nur damit ihr wisst was euch da erwartet wenn ihr diese collectors box kauft oder eure eigenen ist der tipp inners liefs ja was eine absolute frechheit ist eine absolute frechheit sind diese münzen die dabei sind leute also sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen also ich glaube ford schon den glory hat hat münzen und die sind sogar noch cooler weil du die immerhin unterscheiden kannst ja und diese kunststoff münzen hier wenn du da diese unterschiedliche werte 1 5 und 10 glaube ich waren das vor dir liegen hast alles sind gelb und da hast du mehrere münzen da musst du erst mal gucken ab was steht denn da jetzt auf der münze eigentlich drauf absolutes no go für ein all in pledge der circa 350 euro kostet glaube ich dann hier so eine ja dumme qualität an münzen zu machen hätte man die wenigstens unterschiedlich eingefärbt dann wäre das ja noch halbwegs okay ja aber so nein also für das geld und so eine deluxe variante hätte man schon mental münzen machen können ja der unterschied ist schon krass also ich nehme hier diese münzen das sind so meine allgemeinen münzen 10er einer und fünfer ja es ist natürlich schon viel geiler so ein spiel zu spielen als mit so schäbigen kunststoffmünzen also ehrlich bei so einer schönen box deluxe box dann so eine miese sache rauszuhauen wie diese münzen katastrophe wirklich ansonsten qualitativ alles wirklich cool ja nächster punkt was machen wir dann nicht die gewohnte reihenfolge wehmer ich hatte ja fünf punkte die eine davon war glaube ich die spieler anzahl ja also das spiel ist für solospieler super das funktioniert einwandfrei kooperativ ist auch sehr gut gelungen ja also man hat es wirklich geschafft dass man einen schönen koop modus macht sich da ein bisschen auflevelt ja man interagiert zwar nicht viel miteinander jeder startet von einer seite der map und versucht sich zu leveln und halt dann gemeinsam diese bosse da drin zu besiegen aber ihr könnt zwar items tauschen wird aber nicht oft passieren ja das heißt der koop modus ist zwar da und es ist interessant was der andere macht das ist auch sehr cool aber er beeinflusst euch gegenseitig jetzt nicht dass ihr da was weg nehmt oder so denn bis ihr in der mitte angelangt zeit da braucht es schon eine zeit und da sind die runden vorgaben die ihr habt schon sehr eingestrickt und von daher ja schaut ihr dass ihr den weg von euch ja schon optimal lösen könnt und könnte kommt euch da nicht so in die quere und könnt da eigentlich sehr selten irgendwas miteinander tauschen oder euch irgendwie unterstützen das gibt es ja nicht ja es ist im endeffekt als würde man zweimal solo miteinander kombinieren und dann halt eine stärkere eine stärkeres drachen gebäude killen aber das macht definitiv spaß ich habe schon bei vielen videos auch gesehen die ich sehe mir natürlich auch andere rezensenten an was die meinung dazu ist und manche sagen dass es nicht mehr als zwei leute spielen würden und ich kann das voll unterstreichen auch roland hat heute gesagt er kann es auch sehen ja dass die downtime wirklich extrem hoch sein kann wenn du es jetzt zu dritt spielst und muss dann mal warten bis die anderen ihre kämpfe abgehandelt haben und das kann schon durchaus mal dauern weil auch wenn sie teilweise sehr die themanistisch sind bis auf den modifikatorwürfel mit plus eins minus eins dauert das doch schon eine zeit bis der kampf mal durch ist und dann hat der spieler doch noch einen bewegungspunkt um und kann dadurch passieren dass er zwei bis drei kämpfe sogar in einer runde hat und das dauert dann wenn du da jetzt zu dritt da sitzt auch wenn es koop ist kann das dann schon langweilig werden ja also definitiv ist vielleicht auch ein bisschen das problem was mail schneider hat da dauern die spielerzüge auch ein bisschen liegt an der natur der sache und definitiv ich würde euch auch das spiel nicht mehr als drei spielen nicht mehr als zwei spieler empfehlen vielleicht noch zu dritt wenn die regeln volle kann sitzen aber du müsst halt ein paar müsste ein bisschen wartefleisch mitbringen weil das auch ein bisschen ausatmen kann in der downtime wo zwei spieler nicht so aktiv sind einer schon wenn er die gegner übernimmt wenn ihr es mit bots karten spielt aber müssen zwei spieler dann ein bisschen zugucken ja auch gibt es player elimination ja wenn es dann mit mehr spielern spielt ja ist natürlich auch nicht so ratsam weil dann fliegt einer raus dann doch noch eine weile bis das ganze vorbei ist ja mag vielleicht auch nicht jeder haben aber trotzdem für solo und koop kann ich das spiel definitiv empfehlen und funktioniert auch sehr gut aber nicht mehr als zwei spieler würde ich da aus zeitgründen und lange weile gründen und vielleicht empfehlen so ich wurde gerade unterbrochen die zwischenzeit habe ich jetzt genutzt und habe mir meinen zettel geholt also wir waren material spieleranzahl da war ich doch ganz gut unterwegs spieldauer sind wir ja also man braucht schon eine weile um so eine mission abzuschließen definitiv wenn man sich jetzt vorstellt wir haben heute ich sag mal so um drei uhr begonnen habe roland das spiel erklärt und wir haben dann ohne pause die kampagne durch also die kampagne die mission durchgezogen und es war circa acht uhr ja das heißt wir haben an die viereinhalb bis fünf stunden dran gezockt mit regelerklärung und das ist definitiv auch bei meiner frau und mir so gewesen es waren auch immer so zwischen ja viereinhalb und sechs stunden die wir da gespielt haben und das ist auch gerechtfertigt ja denn es dauert natürlich eine weile man beratschlagt sich ein bisschen wo man es vielleicht hingeht ja das heißt wenn ihr das ganze kooperativ spielt und wie soll man sagen da es ja nicht so sehr interaktiv ist sollte man auch versuchen mit dem anderen helden natürlich sich ein bisschen rein zu steigern ja und da natürlich auch in den kämpfen so mitzufühlen das heißt ja die zeit ist gerechtfertigt kein kleines spiel im endeffekt und so eine mission braucht seine zeit und ich finde die ja voll okay die zeit ist ganz schnell verflogen wir hatten spaß mit dem spiel und war total okay ja dann die thematik ich will nicht so lange aushebeln bei dem punkt da komme ich vielleicht später noch ein paar details dazu zu reden oder die ich da einfügen kann von thema her wenn man jetzt die heroes of mighty magic die umsetzung jetzt mal nimmt es ist ja schwierig immer so brettspiele auf videospiele zu generieren im großen ganzen finde ich wie auch mein freund der das spiel natürlich auch kennt die umsetzung sehr gut gelungen ja es ist wie im videospiel auch man streift durch die landschaft hat nicht unbedingt viel zeit versucht dann ja das beste rauszuholen bei den sachen die man entdeckt hat natürlich kämpfe ich finde dass die heroes of mighty magic kämpfe hier ganz gut rüber gebracht wurde mit dieser initiativ reihenfolge aber trotzdem bin ich beim kampf selber vielleicht doch noch eher der fan des computerspiels hier ist es zwar ganz nett gelöst aber ich fand es glaube ich am pc noch ein bisschen geiler als hier mit den karten trotzdem ist der kampf eigentlich ganz in ordnung gemacht ja von der grafik super da kann man nichts meckern also das artwork passt voll zum thema die fähigkeiten sind sehr cool die namen sind sehr gut übersetzt finde ich ja passt eigentlich alles dazu also thema würde ich vielleicht acht von zehn punkten geben wer heroes of mighty magic sucht in einem brettspiel der wird hier sicherlich glücklich werden ja preis leistung was soll ich sagen der hat glaube ich 350 euro für die ganze box bezahlt finde ich jetzt zusammengefasst ein angemessener preis ja du hast sehr viele miniaturen drin das allermeiste ist pre-shaded sehr viele karten die stretch goals dabei und so ja also für diese ganze große collectors box denke ich mal kann man die 350 schon bezahlen weil da ist ein sehr großer umfang dabei was die grundspiel das grundspiel im handel jetzt so kosten wird habe ich aktuell keinen preis im kopf ich würde mal schätzen wahrscheinlich ein hunderter und ich denke das kann man dann auch schon machen dass man sich das für ein hunderter dann gönnt ja wenn da auch miniaturen dabei sind und so da habe ich die infos jetzt nicht so dazu es ist schon einiges im umfang dabei man hat einiges zu spielen und zu entdecken nur bei der gegner varianz nur vom grundspiel her da kommen wir dann noch ein bisschen drüber zu sprechen ja also ich finde preis leistung jetzt und der collectors box ist in ordnung und ich denke wenn man sich das spiel holt und heroes of mighty magic fan ist wird man das geld wahrscheinlich nicht bereuen dass man in dieses spiel rein steckt ja also ich würde sagen sieht euch da wirklich sehr gute regel videos dazu an bevor ihr es kauft billig ist natürlich nicht er ist ganz klar heutzutage ist alles nicht billig brettspiele werden auch teurer ich habe hier keine voll umfassende regelerklärung gemacht das machen auch andere seht euch das mal an entscheidet halt dann einfach ob das wirklich für euch was sein könnte ja und jetzt zusammengefasst ist ja immer mein lieblings punkt weil ich da ja auf meine notizen gucken kann und da wirklich so ein bisschen mehr in die tiefe gehen kann und auch freie schnauze das ganze mixen kann ja also ich würde vielleicht erst zu den negativ punkten kommen positiv oder machen wir mal die positiven sachen vor allem den positiven sachen an was ich cool finde ist oder wir werden das ganze verbinden erfahrt eine punkt den ich jetzt mache ich glaube wir machen das so das positive und gleich das negative dazu und dann vielleicht eine zusammenfassung machen wir mal so denn ich muss schon dazu sagen für mich ist das spiel schon sehr schwierig zum bewerten ganz ehrlich satte ich schon lange nicht mehr wenn keine spoiler einerseits gefällt mir das spiel echt sehr gut aber andererseits weiß ich genau ich brauche es nicht und es ist für mich wirklich schwer zu eruieren gewesen was gefällt mir denn da eigentlich nicht beziehungsweise was ist es so dass ich mir denke borde es ist so geil ich muss es auch unbedingt haben an ich versuche da das ein bisschen raus zu filtern an was an was das denn liegen könnte was natürlich cool ist dass es eine schöne videospiel umsetzung darstellt ja ja ich habe vorher schon erzählt mit dem rumwandern jedes feld hatte irgendeinen effekt den man triggern kann man wird belohnt man versucht sich aufzuleveln wo gebe ich mein gold aus kaufe ich mir einheiten oder baue ich meine stadt aus vor allem dieser stadt ausbau ist bei jeder fraktion unterschiedlich und die fraktionsvielfalt wenn ihr das alles habt ist schon sehr gut ich kenne natürlich lange nicht alle fraktionen aber das ist schon mal toll ja also das gefällt mir sehr gut und da macht das bewegen auf dem map eine gewisse zeit auch spaß zumindest wenn man das das erste mal spielt vielleicht noch das zweite mal aber dann ist es doch irgendwie sehr rudimentär ja man kommt sich vor dass man da immer das gleiche macht es ist schwierig zu sagen also du hast zwar viele felder die du abklapperst und ich verstehe den spielsinn dahinter du musst dich ja aufleveln damit du eine chance hast im endkampf aber das fühlt sich dann doch irgendwie halt immer gleich an speziell bis zur mitte des spiels wenn du nur einfache begegnungen hast die schwierigkeit kannst du natürlich anpassen ja das ist ganz klar aber diese anpassungen die schwierigkeit grad sind dann auch ein bisschen künstlich hergeholt ich finde der normale schwierigkeit grad passt ganz gut aber so schön dieses erkunden der map ist ist es gleichzeitig mit der zeit dann auch wieder ein bisschen langweilig finde ich ja weil man wenn man alles schon mal gesehen hat das ja schwierig also das ist genau irgendwie so der effekt wo ich mir denke das bewegen ist auch zu einfach gelöst also ja klar es muss von der umsetzung her sein du bekommst drei bewegungspunkte bewegt dich auf der map jetzt müsste ich am vergleich heranziehen wenn man sagt ja okay das gehört hat gehört sich halt so meine frau hat gestern kritisiert sie hat nur map teile aufgedeckt die ihr beim aufleveln nicht so geholfen haben teils wirklich nur lowe begegnungen hatten oder auch von den belohnungen her und ihr wurde das auch zu langweilig irgendwie diese gegend zu erkunden das problem was damit auch zusammenhängt ist ja irgendwie dass man da nichts macht und nächstes jetzt mit mail schneit vergleichen würde und ich denke viele werden das auch machen für mich auch ja ich muss mir immer vor dem kopf halten welches spiel gefällt mir denn besser oder fällt mir sofort ein auf das ich jetzt bock habe und bei mir war das ab der zweiten partie dann sofort mail schneider bei mail schneit ist halt der vorteil es ist interaktiver na so falsche ausdruck ich wusste da letztes mal ein cooles wort dafür aber mail schneit ist viel aktiver ja du kommst viel schneller durch dein deck durch der mail schneit was hier nicht der fall ist ja du müllst dich zwar durch wenn du karten abwerfen kannst da gehe ich später noch mal ins detail aber fakt ist bei mail schneit hast du unterschiedliche gebiete für die du unterschiedliche bewegungspunkte braucht das heißt du brauchst deine handkarten nicht nur für das kämpfen du brauchst es auch für das bewegen es geht abgesehen von den permanenten effekten die man sich holen kann aber du musst dir schon mal gedanken machen welche karten gebe ich ab um mich durch die gebiete zu bewegen und das ist dann auch schon sehr spannend weil du halt unterschiedliche gebiete hast und dadurch auch ja ein bisschen ins grübeln kommst ja wie mache ich denn das jetzt hier ist es im endeffekt ganz einfach gelöst ja kriegst den punkt gehe einfach als wie im videospiel du kannst du natürlich bewegen ich verstehe das aber mit der zeit ist das halt ein bisschen eintönig und das war das meine frau letztes mal ich glaube der zweiten partie in der achten runde dann gesagt hat ja also wir sind zwar jetzt schon knapp dran aber es hat irgendwie kein bock mehr weil das im endeffekt immer das gleiche ist ja wenn du die mappteile kennst wenn wir jetzt nur das grundspiel nehmen dann hast du eigentlich immer das gleiche spiel vor dir auch wenn random ein paar teile ausgelegt werden ja ist es dann voll der wiederholungseffekt und das wird halt dann wahrscheinlich ein bisschen eintönig glaube ich das ist auch so ein punkt der mich ein bisschen gestört hat dann möchte ich das deck noch mal ansprechen also es rühmt sich zwar mit deck bilder aber ich finde mit deck bilden ist ja nicht viel vielleicht kommt es auch auf die fraktion drauf an aber fakt ist du kannst am anfang der runde so viele karten abwerfen wie du möchtest und dann so viele neue ziehen du kannst ja im kampf werden die die meisten karten werden im kampf verwendet ich glaube sicher 80 prozent der karten verwendest du im kampf und es ist halt das problem wenn der kampf sehr gut verläuft oder zumindest bis zum mittleren spiel hin bis zum mid game brauchst du meistens gar nicht viel dieser karten du kaufst der einheiten machst ein upgrade von den einheiten die sind dann schon sehr stark und schaffst es meistens sogar dass die alle überleben und warum soll ich dann gute karten aus meiner hand abwerfen um neue karten zu ziehen nur damit ich durch das deck komme aber wenn du jetzt neue karten als belohnung bekommst bekommst du sie auch meistens gleich auf die hand und dadurch dass du die karten gleich auf die hand bekommst bei durchsuche kommst du auch nicht so schnell durch dein deck irgendwie und das ist halt ein bisschen schade ich finde der deck building effekt in dem spiel ist wirklich sehr gering ich glaube in der letzten partie kam ich vielleicht nur zwei mal zu mischen wenn überhaupt ich habe einmal und das andere mal fast durch das deck das ist wenig ja und ich denke mir dann so das deck building wenn man das mag geht da schon ein bisschen unter da bis in mage knight schon ganz anders da kommst du ziemlich oft durch dein kartentech durch und das triggert mich dann auch ein bisschen mehr ja du hast weil du mit diesen karten mehr interagierst als in diesem spiel hast du einen empfunden namische gameplay in mage knight auch wenn es mage knight viel mehr kleinigkeiten und regeln gibt das ist ganz klar ist es mit der kartensteuerung da schon viel besser gelöst also ja war halt auch so ein effekt der mich ein bisschen gestört hat dass es sich mit deck building grümmt aber ich finde halt ja du hast nicht so ein durchsatz an den karten definitiv nicht und ja das wäre jetzt zu dem thema mit dem bewegen und mit dem karten da muss ich mal überlegen was mich noch gestört hat ist wenn man jetzt nur mal die grundbox nimmt ja dass du dann bei den gegnern eigentlich fast ausschließlich einheiten der anderen fraktionen oder sogar eigene einheiten bekämpft die haben dann zwar ein bisschen unterschiedliche werte aber es kann schon mal sein dass einer meiner vampire gegen einen anderen vampire kämpft ja man will ja zeigen dass man das vielleicht ein paar fraktionen mal rotierend herumlaufen vom thema her ja aber das fand ich dann auch ein bisschen also da bin ich überhaupt kein fan davon dass man da gegen eigene einheiten kämpft das hat mich ein bisschen abgetürnt aber wenn man die stretch goals hat ist es viel viel geiler also ich habe bis jetzt immer nur core box gespielt und für mich war es das nach den drei partien ja jetzt auch aber ich denke mir ich hätte schon noch mal bock das zu spielen aber mit den stretch goals dazu da kommen ganz andere gegner dazu die sind voll cool ja immer anders bei jedem stapel kommen ich glaube das doppelte an gegneranzahlen hinzu und dann hast du viel mehr abwechseln bei den gegnern drin und ja also das ist auch so eine sache da bin ich wirklich nicht so fein davon das ist aber eine kleinigkeit ja also das kann euch vielleicht nicht stören mich hat setzt wenn man nur die grundbox eben her nimmt dann doch ein bisschen gestört dann was den kampf anbelangt ist wenn man jetzt die umsetzung von dem thema her nimmt ganz gut gelungen initiativleiste kennen wir das ist einfach umzusetzen höhere in die kämpfe zuerst bei gleichstand auf der angreifer seine einheiten aktivieren und dann hat man halt den kleinen modifikator dabei der schon den ein oder anderen unterschied machen kann plus 1 oder minus 1 oder 0 beim angriff ist ausschlaggebend weil die meisten einheiten also wirklich die meisten so drei angriffe haben ein schild oder zwei schild haben und dann ist und plus 1 minus 1 schon sehr relevant bei den kampf man hat hier auch ein bisschen zu taktieren was die bewegung anbelangt nicht so den freien spielraum wenn die meisten kampfspielen also ich finde der kampf ist sehr einfach gehalten passt aber thematisch dazu und du kannst den kampf eben diese karten kampf karten als modifikator ausspielen was ich jetzt aber auf die grundbox beziehen muss wie gesagt ich kenne die anderen einheiten von den erweiterungen noch nicht irgendwann sind die kämpfe dann auch immer ein bisschen so es wird ein bisschen langweilig wie gesagt es ist schwierig für mich das spiel zu im gesamten zu bewerten weil ich echt sagen muss es ist absolut kein schlechtes spiel ja aber mit der zeit wenn du dann öfter die kämpfe machst ist es dann doch ein bisschen so ja ist der kampf nicht so action lastig wie man das gerne hätte warum finde ich der mage steht wieder geil auch wenn es komplexere regeln besitzt ist es schon sehr geil wenn du nicht weißt was du ziehst ja dann bekommst du starken gegner und erst dann musst du mit deinen handkarten managen und die haben dann widerstände und 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 ja da ist der kampf dann zwar auch ein bisschen der oder ist wahrscheinlich deterministischer wenn du nicht irgendwelche random karten hast aber trotzdem ich finde den kampf im mage night interessanter auch was das schadensystem anbelangt ja wenn du selber einheiten hast dann wird der schaden verrechnet in dem erstmal die einheiten die schilder abgezogen werden und dann den rest schaden bekommst du dann als blutungseffekt in dein deck und das hat direkte auswirkungen auf deinen hält das ist halt hier nicht so ja der kampf ist einfach gestrickt für das spiel natürlich auch wenn man es zu komplex gestalten würde würde die downtime auch länger sein ja also generell ich will nicht schlechtes sagen der kampf ist für die umsetzung sehr gut gelungen aber auf dauer glaube ich ist es mir doch noch ein bisschen zu wenig was hier los ist und ein bisschen zu einfach ja es ist schön die kämpfe zu verstärken und da muss ich ehrlich sagen ich glaube dass im pvp der kampf noch interessanter ist als im solo oder koop modus weil ihr ja da eigentlich ja ich muss ja sagen vom solo ist es wieder anders zum koop modus weil den habe ich ja nicht vorgestellt im solo modus ist ja auch ein gegnerischer held der rumläuft und der bekommt dann auch einen zauberstab ein zauberstabel an karten zusätzlich zu seinen angriff karten also das hätte ich fast vergessen zu erwähnen der solo modus ist da schon ein bisschen anders weil der gegnerische held auch noch rumläuft und es gibt seinen koop modus eigentlich nicht ja und das ist schon sehr geil gemacht aber wie gesagt man kann im kampf mit dem karten auch noch das modifizieren mit den zaubern das auch machen aber passt sehr gut zum spiel keine frage ist mir dann doch auf dauert ein bisschen zu wenig ja was gibt es vom spielerischen her noch zu sagen eigentlich nicht mehr recht viel wie gesagt ich finde schön dass das spiel nicht überkomplex ist im relativen eigentlich sehr einfach gehalten ja einheiten kaufen alles ist schön dargestellt symbolisch das heißt was man hier macht ist nicht komplex das kannst du im prinzip jedem beibringen einheiten upgrade total einfach hast das gebäude zahlst das gold drehst die einheit um fertig also die regeln sind echt nicht schlimm und da kann man auch doch glaube ich relativ viele leute auch da einführen in das spiel und das relativ fix dann auch mit denen spielen das ist schon ein großer vorteil ja so und dann kommen wir noch zur anleitung also das war jetzt mal das spielerische thema ich werde da noch mal ein bisschen was zusammenfassen aber die anleitung des spiels ist wirklich eine katastrophe also muss da echt noch mal kurz einen schluck nehmen bevor ich dann rent ablasse denn das spiel zu lernen das hat extrem viel nerven gekostet anfangs dachte hier dass die anleitung sehr gut strukturiert ist optisch aber wie die geschrieben ist ist heftig also es ist so dass du einen absatz liest und dann kommen dir nach dem absatz schon zwei fragen auf weil es sind ziele sachen die in den absatz eigentlich auch drin stehen müssten an einer anderen stelle erklärt werden oder teilweise im beispiele versteckt sind und das ist schon mal schräg ja weil das kostet sehr viel nachgucken und der Index in dieser Anleitung ist eine bodenlose Frechheit. Man macht hier einen Index, in dem gefühlt zwei Drittel der Schlagwerte in diesem Spiel nicht drinstecken. Und das, Leute, das geht heutzutage gar nicht mehr. Also, da braucht man, da muss man so viel nachschlagen. Ich habe hier ein paar Beispiele aufgeschrieben. Wenn man jetzt quasi blutige Anfänge ist, das Spiel noch nicht gespielt hat, ich nehme hier zum Beispiel die Nekropolis-Fraktion. Das ist diese hier. Auf der Rückseite steht da, nochmal, da steht hier, aufpassen, Nekropolis. Also, ich weiß, ich bin die Nekropolis-Fraktion. Keine Frage. Dann taucht ein Gegner auf, der hat ein Totenkopf-Symbol drauf. Das waren die Skelette, glaube ich, und die kann ich dann, wenn sie sterben, als Nekropolis-Fraktion, kann ich mit denen interagieren und kann mit denen was machen. Das Problem war, da steht ein Totenkopf drauf, und ich weiß nicht, auf was sich der Totenkopf bezieht. Und habe ich das aufgeschrieben? Ja, auf Seite 14 ist das dann. Dann guckst du durch die ganze Anleitung durch, ja, du hast hinten eine Symbolübersicht, da, und ich habe hier den Totenkopf nicht gefunden. Kein Totenkopf drauf, ja. Was macht der? In der Anleitung blättern, ja, irgendwo hast du es vielleicht schon mal gesehen oder überlesen, findest nicht, ja, keine Chance. Dann suche ich halt mal so 10 Minuten oder 5 Minuten rum, und dann taucht auf Seite 14 kursiv geschrieben in einem Beispiel dieser Totenkopf auf, ja. Und dieser Totenkopf sagt, Karten mit dem Totenkopf-Symbol können nur von Nekropolis-Fraktionen genutzt werden. Ja, toll! Na, können Sie das Totenkopf-Symbol nicht hier auf dem Fraktionsbogen irgendwie drauf machen? Wenn du also das Spiel noch nicht gespielt hast, dann siehst du den Totenkopf, hä? Was, warum, was, auf was bezieht sich der, ja? Hätte nur ein Symbol hier gereicht, dann wäre das keine Frage gewesen, weiß ich genau, ich kann damit interagieren. Aber Ilchers Nekropolis-Fraktion habe nicht gewusst, dass das Symbol der Interaktion zu mir gehört. Also wieder mal blättern in der Anleitung. Dann gibt es hier Stufeneffekte, es hat vielleicht auch, ja, mit dem Material zu tun, Stufeneffekte, die nur zum Teil abgebildet sind. Also in der ersten Partie, auch in der zweiten ist es ein paar Mal passiert, wenn du hier Stufen bekommst, bekommst du zusätzlich auch die Möglichkeit, Karten zu sehen. Aber es sind ja nur die permanenten Effekte aufgelistet, ja. Dann musst du wieder die Anleitung nehmen und dann steht hier pro Stufe, was du dazu bekommst. Ja, das heißt, hätte man auch hier auf dem Board schreiben können, so musst du wieder in die Anleitung mal durch. Wo sieht denn das Stufe, Stufeneffekte, schauen wir mal, ob die im Index überhaupt drinstehen. Steht nicht drin. Ja, es steht Siegbedingungen, Siedlungen und Sofort-Effekte. Solo-Kampagne-Modus Sonderfähigkeiten statt. So. Stadt, Stadt, Statistiken. Kein Stufenbonus. Das heißt, du musst wieder blättern, ja. Wo ist jetzt noch mal der Stufenbonus? Gucken wir mal die Seite. Ah ja, da steht's. So. Das merkst du dir natürlich nicht, also müsstest du die rauskopieren, damit du da eine Übersicht hast und nicht immer blättern musst. Ja, so zieht sich das durch die ganze Anleitung. Wie gesagt, dann werden Sachen teilweise nicht erklärt oder halt an anderer Stelle erklärt, obwohl es zum selben Thema gehört hätte. Und es fängt auch beim Spielaufbau schon an. Ja, das heißt, ihr habt hier die Übersicht, wie so ein Spiel aussieht, mit den Nummern dazu und in der nächsten Seite eine ganze Liste mit über 20 Punkten, die ihr durchführen musst. Normalerweise in heutigen Anleitungen wird man den Heldenbau gesondert auf eine Seite erklären und nicht mischen mit dem Spielaufbau dazu. Das ist viel übersichtlicher, weil es dann noch ein paar Effekte gibt, die man durchführen muss. Das ist ermüdend beim Spielaufbau. Und da kann man auch Fehler machen und das ist einfach, ja, wenn man das dann öfter spielt, will man das auch nicht alles immer wieder durchlesen. Und wenn man da was nachguckt beim Spielaufbau von Held, ja, auch schwierig. Und es bleiben auch oft einige Fragen offen, da müsste ich Bordgehen noch mal mehr durchforschen. Zum Beispiel war auch die Frage, es steht ja drin, irgendwo steht der Satz, Bot-Helden, Bot-Einheiten würfeln keine Angriffswürfel. Ja, dann kommt aber die Frage auf, wenn die jetzt negative Effekte bekommen, zum Beispiel Fernkämpfer, ja, die bekommen so einen Angriffsmalus, wenn sie zu weit schießen oder jemand neben ihnen steht, würfen die die Würfel dann auch für den Malus, ja. Da habe ich auch lange gerätselt, im Endeffekt haben wir dann gesagt, sie würfeln die Würfel, weil es keine Angriffswürfel sind. Es ist aber nicht erklärt. Und generell finde ich, die Steuerung des Bots und des Solo-Modus, da hätte man, da kommen ein paar Fragen auf, da man sich dann selber ein bisschen helfen muss auch und das hätte detaillierter erklärt werden müssen. Ja, das ist, wie soll man sagen, das sind sehr viele Sachen einfach nur schwammig erklärt. Auch das Kampfbeispiel finde ich, ja, ist ein bisschen komisch. Das ist ein relativ fetter Absatz. Das Ganze müsste man viel besser erklären. Ja, also da gibt es einige Stellen da drin, ich habe mir nichts alles aufgeschrieben, aber an so vielen Sachen musste ich einfach ärgern. Es wäre nur halb so schlimm, wenn man zumindest einen geilen Index gemacht hätte, so wie es bei den FFG-Spielen von Arkham Horror zum Beispiel der Fall ist, ja, oder bei anderen Anleitungen, wo einfach jedes Schlagwort nachgeschlagen werden könnte, dann wäre das viel einfacher, denn das Spiel ist im Grundsätzlichen eigentlich nicht kompliziert, aber das Lernen des Spiels, Leute, das war echt schwierig. Ja, das war echt schwierig. Es hat auch so begonnen, ich hatte eine Woche keine Zeit zum Spielen, war voll kaputt, habe versucht, erst mal das Spielmaterial zu sortieren, weil es nicht gekennzeichnet ist, welches Spielplanteil gehört zu welcher Erweiterung. Ja, wenn du jetzt diese große Sammelbox hast, ist alles in einem Pack drinnen und ich habe sicher drei Stunden damit verbracht, das Ganze anhand von Bildern der Erweiterungen und den Planteilen zu eruieren, was jetzt zu welcher Erweiterung gehört. Die Stretchgoals sind markiert, aber der Rest nicht und das musst du erst mal zusammensuchen. Boah, schwierig, ja, also der Teufel liegt hier wirklich im Detail teilweise. Hat es nicht mit dem Spiel an sich was zu tun, aber das sollte man schon auch wissen, wenn man sich die große Box kauft. Ja, ich habe schon gehört, dass die Anleitung von Fans wahrscheinlich nochmal überarbeitet wird, oder generell überarbeitet wird, weil, ja, das Spiel wäre viel einfacher und viel zugänglicher am Anfang, hätte man das dann ein bisschen besser gelöst und vor allem, was ich auch Kritik nachvollziehen kann von anderen Kollegen, jedes Mal, wenn man hier ein Feld besucht, muss man auch in der Anleitung hier diese Seiten nachgucken, dann sich die Bilder angucken, was machen die Gebäude für Effekte, könnte man sich auch rauskopieren oder einen Übersichtssheet dazu machen. Oder auch, Teufel im Detail, was machen wir mit den Moralmarkern, man kommt im Spiel manchmal solche Moralmarker, die kann man ausgeben für Fähigkeiten, ja, wenn du jetzt die ersten paar Mal das Ding spielst, musst du dir auch merken, was du für alles machen kannst, wenn du es nicht weißt, musst du hier wieder suchen oder du hast die Seite schon notiert, hier steht es drin, Moralmarker, Effekte und was passiert, wenn ich mehr Minus-Moral bekomme, man hat zwar einen sehr schönen Übersichtssheet gemacht, die Moralmarker fehlen aber trotzdem. Das heißt, das Handling des Spiels ist anfang kompliziert, unnötig kompliziert und kostet euch viel Nerven. Ich war auch schon fast am Rand des Aufgebens, wie gesagt, ich war nicht gut drauf, total übermüdet, viele Überstunden und hatte teilweise schon gar keinen Bock mehr drauf. Gott sei Dank hat sich das dann gebessert. Ja, die Details, die ich hier meistens aufgeschrieben habe, ich wollte da fast schon Rant über die Anleitung machen, das wäre jetzt zu viel, das lassen wir jetzt weg. Aber generell, jetzt noch mal zum Spiel, wie hat es mir jetzt im Endeffekt gefallen, ja, ich würde dem Spiel persönlich eine 7 bis eine 8 geben, weil das Spiel wirklich ein sehr cooles Spiel ist. Es hat definitiv Spaß gemacht, alle drei Partien haben mir echt gut gefallen, aber auf Dauer finde ich stumpft das Ganze ein bisschen ab. Meine Frau hat dann auch schon gesagt, es wird jetzt ein bisschen langweilig, sich da zu bewegen. Die Kämpfe am Anfang dann auch eher langweilig mit der Zeit, wenn man das dann öfter gespielt hat, ich weiß nicht, ob ich es so oft hintereinander spielen will. Der Koop-Modus, Solo-Modus funktioniert sehr, sehr gut, vielleicht der Solo-Modus sogar noch einen Ticken anspruchsvoller, weil der gegnerische Held ja auch noch da ist, das ist dann sehr interessant. PvP-Modus wird wahrscheinlich sehr gut funktionieren, glaube ich, auch wenn ihr das jetzt in PvP spielen wollt, bekommt er auch ein sehr cooles Spiel mit Heroes of Might and Magic Thema, dann ist auch der Kampf ein bisschen interessanter als gegen den Bot, weil der Kampf da ein bisschen Dynamik gewinnt durch das abwechselnde Kartenspielen, also auch daher ein sehr, sehr gutes Spiel, dass ich Fans wirklich empfehlen würde, sich das Ganze anzusehen, denn Heroes of Might and Magic Brettspiel gibt es ja nicht viel. Für mich persönlich, ich werde es mir nicht kaufen, weil ich das Spiel nicht brauche und ganz einfach, ich habe besseres. Also für mein Gefühl ist ja alles subjektiv, ist Mage Knight eigentlich das geilere Abenteuerspiel. Das hier ist eine tolle Umsetzung eines Videospiels, Mage Knight ist wirklich, finde ich, eine andere Liga, was das Abenteuerspiel betrifft. Du hast auch deinen Helden, bekommst ziemlich coole Skills, die du lernen kannst, hast viel geileren Deck Building Effekt, Kämpfe auch, finde ich, deterministisch natürlich, aber trotzdem sehr spannend. Sorry, jetzt war kurz der Akku leer, weiter geht's im Programm, dauert ja schon eine Weile das Fazit. Ja, wie gesagt, wir waren gerade bei Mage Knight und ja, ich finde es, es ist komplexer und ein bisschen tiefgründiger, ja, auch wenn du nicht so viele Effekte auf der Map triggern kannst, wie hier, ist doch dieser Erkundungsmodus schon geil, ja, mit den marodierenden Monstern, die da rumkommen, mit der Erweiterung dann noch, wo der, der gegnerische Boss sich an, auf, auch auf der Map bewegt, das ist schon geil und ich habe auch die Star Trek Version von Mage Knight die eigentlich ja schwierig zu bekommen ist und die hat meiner Frau auch sehr, sehr gut gefallen. Das alles sind halt Punkte, wo ich mir denke, ja, brauche ich Heroes of Might and Magic nicht. Der Einstieg von den Regeln her ist viel einfacher, ja, also, bei Mage Knight muss ich mich da schon wieder ein bisschen reinlesen, ich kenne die Grundregeln noch natürlich, aber der Einstieg ist sicher viel schwieriger, weil es komplexer ist. Heroes of Might and Magic werde ich viel schneller auf den Tisch bringen und ist viel zugänglicher, ja, das heißt, ihr könnt es sicher eine größere Bandbreite an Leuten zeigen und, ja, das ist schon ein großer Pluspunkt für das Spiel und Fans werden das Spiel auch wahrscheinlich sehr gut mögen. Ja, also rundherum eine sehr gelungene Umsetzung, die ich echt empfehlen kann, wie gesagt, für meinen persönlichen Vielspieler-Geschmack habe ich schon cooleres Zeug im Regal und ich mir denke, ja, wenn ich jetzt an so ein Abenteuerspiel spielen will, glaube ich, boxe ich mir doch lieber mal Mage Knight oder eben die Star Trek Frontiers, die Mage Knight Version von Star Trek rein, weil ich glaube, das fixt mich dann noch ein bisschen mehr an, ja. Aber trotzdem, man bekommt ja alles, Abenteuerspiel, viel Erkundung, viel Gegenstände, die man sich holen kann, netten Kampf dabei und ich finde es geil, wenn ihr die Kickstarter-Version habt, dann ist das Spiel, also ich finde, das hebt das Spiel für mich dann noch mehr an, weil ihr durch die Stretch Goals viel mehr Karten von allem noch dazu bekommt und dann habt ihr viel mehr Abwechslung dabei, ja, die Grundspiel oder das Grundspiel alleine, das würde mir, glaube ich, jetzt auf Dauer zu wenig werden, holt euch da definitiv vielleicht ein paar Erweiterungen dazu, dass ihr mehr Fraktionen habt zum Testen, denn die sind wirklich sehr angenehm und unterschiedlich und es gibt noch eine Erweiterung dazu, das ich aber sehr geil finde, finde ich, obwohl ich es noch nie gespielt habe, ich habe mir die Regel mal angesehen, ihr seht, hier kann ich eine große Hexfeld-Map aufschlagen, die ist wirklich groß, ich mache die da jetzt nicht ganz auf, aber ihr seht, da haben wir schon, ich glaube, sechs Teile sind das, mit Hexfeldern drauf, ihr seht ja schwarz, so, und dafür gibt es auch die Miniaturen dann da drin, denn die Miniaturen in der Box braucht man für das normale Spiel überhaupt nicht, es ist geil, wenn man die Helden als Miniaturen hat, keine Frage, aber die Miniaturen sind wirklich voll für den Hugo, also das ist ein absolutes Luxusprodukt, dass man hier Miniaturen hat, wir haben hier auch nur mit den Karten gekämpft, wenn man die Miniaturen auf das Feld herstellt, dann stören die und sind unübersichtlich, weil man dann die wegheben muss, die Werte betrachten muss, die mit den Karten verschiebt, ja, also das spielt man hier wirklich mit den Karten, und hier mit dieser Turmerweiterung, glaube ich, heißt das, Schlachtfelderweiterung kann man, wie heißt die nochmal, da gibt es ja sehr viele Bücher, die wir haben, schauen wir mal kurz, damit ihr es auch wisst, wie wir wissen, von den Reden, Schlachtfelder, ja, Schlachtfelderweiterung, das ist dann die hier, könnte das Ganze dann in Tabletop-Manier spielen, da gibt es dann Szenarios dazu, da könnte dann so, ja, ein Eins-gegen-Eins-Schlacht austragen, bekommt Geländeteile dazu, und könnt euch dann mit den Einheiten auf Hexfeldern bewegen, dafür sind die Miniaturen dann da, da ist es dann geil, ja, und wenn ihr viel, viel Zeit mitbringt, und das, glaube ich, wird für mich das Spiel dann doch noch auf eine andere Ebene heben, weil das den Kampf vielleicht noch ein bisschen taktischer macht, ihr könnt die normalen Kämpfe, die ihr hier seht, mit dem Brett, ersetzen, mit dem Schlachtfeld, jetzt stellt euch mal vor, man spielt jeden Kampf, den man hat, hier auf dem Schlachtfeld-Modus aus, das ist mega geil, Leute, dann muss halt der eine, der einem gegenüber sitzt, immer mit der gegnerischen Fraktion spielen, dann macht der Bot keinen Sinn mehr, finde ich, ja, und das, glaube ich, ist schon extrem lustig, wenn man das so macht, und ist aber dann so, ja, dass er für eine Kampagne dann sicher einen ganzen Tag bis zwei Tage braucht, beziehungsweise für eine Mission, weil halt dann die Kämpfe noch um vieles länger dauern werden, aber das ist eine geile Variante, dass ihr so eine Schlacht in Tabletop-Manier durchführen könnt, wenn ihr auf das steht, nehmt euch die Erweiterung mit, denn ich glaube, das Modul ist wirklich sehr geil, aber aus Zeitgründen, ja, habe ich es nicht getestet, wie gesagt, ich habe die Stretch Goals nicht mal drinnen gehabt, nur das Grundspiel, damit ich auch, ja, schon beurteilen kann, was macht das Spiel eigentlich, und ich glaube, dass ich euch da vielleicht einen guten Eindruck vermitteln konnte. Ja, da sind wir am Ende des Videos angelangt, ich hoffe, es ist euch nicht langweilig gewesen, ihr bekamten einen guten Eindruck von dem Spiel, ähm, ich möchte nur abschließend noch sagen, es war für mich wirklich schwierig zu bewerten, weil ich ja auch Mage Knight da habe, und ich liebe Mage Knight, und diese Spieler haben wirklich Parallelen zueinander, die kann man nicht abschreiben, finde das andere aber besser, ähm, als Fan, also für Umsetzung eines Videospiels finde ich sehr gut gelungen, es ist kein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, das bekommt eine schlechte Bewertung, es ist kein Spiel, wo ich meine, ja, das ist Mist, das müsste nicht existieren, ja, warum sonst, dass man das jetzt hat, oder braucht man nicht, nein, es ist ein sehr cooles Spiel, ich hatte Spaß damit, mein Freund hat auch Spaß damit, der gesagt wird, er wird es auch nicht verkaufen, gefällt ihm sehr gut, also, ja, sehr tolles Spiel geworden, und mich hat es nicht 100% abgeholt, weil ich besseres habe, und von daher, ja, ich kann nicht sagen, es wird bei mir ausziehen, weil es mir nicht gehört, das heißt, es war eigentlich eine völlig neutrale Beurteilung, ja, ohne, dass ich es mir das Geld deswegen schönreden müsste, wie man es auch in einem Podcast mal das Thema gehabt haben, Thema Schönreden, wenn man viel bezahlt hat, nein, definitiv nicht, ich kann das völlig unbefangender beurteilen, und glaube für mich, dass ich da eben coolere Alternativen besitze, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, und ihr hattet Spaß beim Zuhören, fühlt euch gut unterhalten und informiert, wie gesagt, lasst mir gerne Daumen nach oben da, Abo, unterstützt mich auf Patreon, schaut auf Discord vorbei, und ich wünsche euch was, bis zu meinem nächsten Video, euer Austrian Board Gamer, ciao.